Sportjournalismus ist ein ganz, ganz großer, sehr stark wachsender und sich wandelnder Markt. Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Sportjournalisten ist tatsächlich relativ groß und ich betone auch vor allen Dingen nach Sportjournalistinnen. Das heißt also, dass gerade mit der Digitalisierung des Sportjournalismus völlig neue Aufgabengebiete entstehen und auch völlig neue Anbieter entstehen. Da sehe ich große Chancen für uns zu absolvieren. In erster Linie müssen Journalisten neugierig sein auf Geschichten, auf Themen, natürlich auch den Sport, aber man muss auch zunehmend technische Kenntnisse und Fertigkeiten mitbringen, das heißt also Video, crossmediale Geschichten, Visual Storytelling. Man muss schon sehr viel Engagement und Leidenschaft mitbringen. Sportjournalismus ist ein Beruf der sieben Tage die Woche stattfindet. Motorradistinnen und Sportjournalismus ist ein Beruf der sieben Zeit, wie es funktioniert. Das ist ein Beruf der sieben Höhe.